Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK Sprechstunde. Das Thema heute Schwindel im Alter. Als Experten und Gast, Herrn Prof. Michael Vetter, Neurologe, Direktor der Neurologischen Kieling im Klinikum Karlsbad Langen-Steinbach. Frau Vetter, herzlich willkommen. Wie häufig ist Schwindel im Alter? Also Schwindel nimmt über die Lebenszeit stetig zu und so nennen wir mal das Alter 80. Da hat fast jeder Zweite irgendwann im Jahr mal Schwindel und Schwindelbeschwerden. Ursachen? Gibt es vielerlei Art. Im Alter kommen meistens Störungen der verschiedenen Systeme dazu, die zum Gleichgewicht beitragen. Das Sehen wird schlechter. Man sieht nicht mehr so richtig den Horizont. Die Nervenbahnen werden schlechter. Man spürt den Boden, die Gelenke nicht mehr so richtig. Und manchmal ist es auch so, dass die Gleichgewichtsorgane so ganz langsam an Funktionen nachlassen und man deswegen bei schnellen Bewegungen ein scheinbares Wacken der Welt wahrnimmt. Das sind so die klassischen Dinge, die da auftreten können im Alter. Zusätzlich kommen natürlich Bewegungseinschränkungen dazu, Gelenkstörungen, muskuläre Störungen, all das, was uns ja auf den Beinen hält. Medikamente. Medikamente. Ab fünf Medikamenten, manche sagen auch ab drei, kommt Schwindel automatisch dazu. Volumenmangel. Ja, nicht trinken, ganz typisch für ältere Patienten. Und man wird einfach trocknet aus und dann geht der Kreislauf in den Keller und man wird schwindelig. Wann müsste ein älterer Mensch direkt zum Arzt gehen, wenn er meint, der Schwindel hat Qualität? Wenn es tatsächlich zum allerersten Mal in einer Form Schwindel gibt, die man so noch nie gekannt hat. Also ganz typisch wäre zum Beispiel ein sehr heftiger Drehschwindel. Plötzlich fährt die Weltkarussell um einen herum oder plötzlich fängt die Welt an zu schwanken oder nach oben oder unten sich scheinbar zu bewegen wie im Aufzug. Und man ist älter und man hat Risikofaktoren, dann ist immer auch die Gefahr, dass da ein Schlag und Fall dahinter stecken könnte. Nun nehmen wir an, es ist ein bekannter Schwindel. Man hat ihn unter bestimmten Gegebenheiten. Es ist schon alles ernstlich gemacht worden, alles abgeklärt und man findet nichts. Gibt es denn solche Tipps und Tricks, die man benutzen kann, um mit diesem Schwindel fertig zu werden? Ja, das wie immer kommt drauf an, was es für ein Schwindel ist. Es gibt auch im Alter einen sogenannten gutartigen Lagerungsschwindel, den man sehr gut behandeln kann. Man muss bestimmte Übungen machen und dann ist der Schwindel vorbei. Das gibt es, wenn man eine Gang und Sicherheit hat, wenn man mit dem Sehen Probleme hat, dann sollte man natürlich alles tun, um Stolperfallen in der Wohnung zu vermeiden. Also der dicke Perser muss dann weg oder das Bärenfell, wie bei Dino Fortu, das muss dann weg, weil man da schon über den Kopf drüber stolpern kann. Also all das kann man ja besser machen. Und nachts Licht anmachen, einfach die Welt beleuchten, nicht im Dunkeln durch die Wohnung tapsen, um den Ehepartner nicht aufzuwecken und dann womöglich zu stolpern, weil man einfach das See nicht einsetzen kann. Das sind so ganz praktische Tipps. Nun, würden Sie auch jemandem einen Rat geben, der schon eine neurologische Grunderkrankung hat? Ja, also es gibt viele neurologische Grunderkrankungen, die Unsicherheit machen können und da geht immer Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist die Therapie. Bewegungsgleichgewichtsübungen. Ich sage immer zu den Patienten, auf dem Sofa werden sie nicht sicherer. Sie müssen versuchen, langsam steigend immer mehr ihr Gleichgewicht zu trainieren, weil dann kann man auch das Gleichgewichtsempfinden auf gutem Niveau stabilisieren. Also nicht der Aufenthalt in einer Reha-Klinik, sondern das aktive Tun? Aktiv tun und nicht glauben, dass irgendeine Tablette auf dieser Welt den Schwindel wegmachen würde. Obwohl es die Kassetten immer behaupten, das gibt es tatsächlich nicht. Man muss aktiv was machen. Es gibt ja auch psychogenen Schwindel. Auch das gibt es, ja. Spielt tatsächlich im Alter nicht mehr so die große Rolle. Das ist so die häufigste Schwindelerkrankung, so im mittleren Lebensalter, so zwischen 30, 40, 50. Da kommen solche Schwindelerkrankungen häufig vor. Das hat mit Angststörungen zu tun, mit zu starker Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper, auf das eigene Gleichgewicht. Man kommt dann auf so einer Beobachtungsschleife nicht mehr raus und dann wird jeder Schritt, den man tut, wo man immer ein bisschen schwankt dabei, schon als Störung wahrgenommen. Nur weil man sich so sehr auf dieses Symptom konzentriert. Und da muss man dann lernen, wieder Abstand zu gewinnen und so ein bisschen eine entspanntere Haltung zu diesen Symptomen einzunehmen. Was sagen Sie jetzt einem Patienten, der sagt, ich bin schon überall abgeklärt worden und es geht mir schlecht und ich finde es ganz furchtbar und keiner findet das? Ja. Ich habe da so einen Saloppenspruch auf Lager. Wenn jemand sagt, ich habe seit 30 Jahren Schwindel, dann rutscht mir immer raus. Dann ist es nichts Gefährliches, wenn es schon 30 Jahre besteht. Das ist so. Und häufig sind es einfach dann doch manchmal auch so subjektive Wahrnehmungsstörungen, wo die Hardware eigentlich funktioniert, aber man einfach dem eigenen Gleichgewicht nicht mehr traut und dann anfängt, jeden Schritt zu beobachten und dann dadurch unsicher zu werden. Und das kann man wegtrainieren. Die Unsicherheit steigert die Unsicherheit. So ist es. Das ist ein Teufelskreis. Man beobachtet jeden Schritt und bei jedem Schritt muss man sein Schwergewicht aufs Standbein verlagern. Also jeder Schritt ist ein Schwanken. Das merken wir normalerweise nicht. Aber in dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit drauf lenke, dann ist das da und dann stört es und dann empfinde ich das als krankhaft. Frau Satter, vielen Dank für die Tipps und Tricks. Das war hervorragend. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben Tipps und Tricks gegen Schwindel gehört, was man tun kann. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Bleiben Sie gesund. Geben Sie uns ein Like, wenn es gefallen hat. Abonnieren Sie unseren Kanal, YouTube-Kanal. Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Wurzerverdacht. Sehr, sehr gerne.